so gut also ich habe ja jetzt gesagt mittwochs machen wir dann immer die die sammler und die crafter das heißt nächsten mittwoch machen wir den minenarbeiter hoch kann aber einmal kurz reparieren gehen alter es ist echt furchtbar diese große sache rumzuprügeln irgendwie besser klappt und wird fast das gleiche ist jetzt hier wie der gantwacker wenn du das sagst ich kann mich damit leider ja nicht so aus aber den krieger muss ich ja demnächst auch noch spielen es sind ja nur noch drei klassen die ich schon im geboren auf 50 kriegen muss beziehungsweise wo den mönch muss ich auch noch sind ja nur noch vier level vier level beim mönch jenny hallöchen wie geht's dir ich habe immer noch diese kraft herzliche schuhe ach so crema klingel würde ich darf ich ja was ich habe was verkauft spinn der ich glaube ich muss weg kunden schubsen und so aber schuft sie nicht zu doll ne bei mir auch bei mir auch privat ein bisschen turbulent also nicht im schlechten sinne turbulenz sondern viel renovieren viel umzug aber ansonsten alles gut bis eben noch ein bisschen disney gespielt und jetzt machen wir bis 20 uhr und noch ein bisschen feine und wenn es tiefkühltruhe und da bleibt frisch das ist in ordnung das geht in ordnung das akzeptiere ich da habe ich vergessen in unternehmung zu wählen so wie weit ist mein gärtner hier gekommen fünf scherben das ist gut mh 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 okay Habe jetzt Endwalker durch. Uh, sehr geil. Und? Wie hat dir Endwalker gefallen? Jetzt, wo du es durch hast. Ah, Feuerscherben muss ich noch sammeln. Oh, hier habe ich aber auch eine ganze Menge, die ich noch nicht gesammelt habe. Na komm. Lass ich dich das mal sammeln. Das war sehr tränenreich, aber... Super, ja. Ach, fand ich auch. Fand ich auch. Ich habe geheult am Ende. Das erste Mal, wo ich wieder im Stream wirklich angefangen habe zu flennen. Aber Endwalker ist toll. Endwalker ist toll. Ich freue mich schon, wenn ich mit meiner Miku da auch wieder bin. Das wird toll. So. So, nachdem ich das jetzt alles gemacht habe... Achso, ich kann noch mal ein bisschen verkaufen gehen. Fällt mir auch gerade mal ein. Ähm... Ähm... Einmal... Einmal... Kräutertrank... Das brauche ich... Spiegelapfelkern... Warte ich auch mal... Warte ich auch mal... Okay... Sehr schön... Was ist das hier wert... So, wir machen Hauptstory. Die Klassenquests mache ich ja erst dann, wenn wir Level 49 sind. Das wird heute bestimmt noch passieren. Das heißt, wir werden bestimmt heute auch noch... Ich weiß nicht, welche Klasse wir als nächstes machen. Weiß ich wirklich noch nicht. Ich habe dann noch den Marodeur offen. Ich habe den Schurken noch offen. Und ich habe den Hermetiker noch offen. Ich weiß nicht, welche ich dann als nächstes auf 50 ziehe. Ich tendiere ja... Nee, eigentlich tendiere ich sogar nichts. Eigentlich zum Schurken, dann habe ich es hinter mir. Ich überlege jetzt schon, neu anzufangen. Na, mach doch. Dann mit einem anderen Volk oder mit dem gleichen? Wie gesagt, ich werde die Story auch immer und immer und immer und immer und immer wieder neu spielen. Ich bin süchtig. Kann da nichts für. Das spießt toll. Nein. Nein, zum Dönnerwetter. Ich habe nicht vor, mich von der Brücke zu stürzen. Ich nehme mir hier wichtige Messungen vor. Also störe mich bitte nicht. Oh, ein verstärkter Tontopf, wie ihn nur Professor Lombardin herzustellen vermag. Du hinterhältige Dieben. Ich werde sofort die... Oh, er hat ihn dir geschenkt? Sag das doch gleich. Dann hat er dich zu mir geschickt, damit ich dir erkläre, wie man denaturierte Kristalle sammelt. Und das wiederum bedeutet, dass er mich für kompetent genug erachtet, dir dazu Auskünfte zu geben. Endlich wird mir die Wertschätzung zuteilt, die mir zusteht. Mhm. Ja, das hier bringt mich halt... Das hier wär's, ne? Ah ja, das wär's. Okay. Ich würde hier gerne mit Lala festspielen. Mach doch! Mach doch! Mach den in Lala! Lala sind toll! Oh, welch ein wundervoller Tag! Juhu! Heute werde ich Hasako Lamatons größter Schüler dir erklären, wo du den gesuchten Kristall findest. Jaha, das trifft sich ausgesprochen gut. Denn ich stand kurz davor, selbst loszuziehen und aus solch einem seltenen Kristall zu suchen. Östlich von hier liegt der sogenannte Feuerwald, der durch die Umwälzung der siebten Katastrophe entstand. Das Epizentrum der Zerstörung befand sich nämlich ganz in der Nähe. Damals wurden zahlreiche Mineralien und Kristalle freigelegt. Auch viele denaturierte Kristalle. Allerdings brauchst du einen absoluten reinen Kristall. Dafür wirst du bis ins Zentrum des Feuerwalds vordringen müssen. Hier, mit dem Brechtschläge kannst du den denaturierten Kristall freilegen, sobald du ihn gefunden hast. Ja, den verstärkten Tontopf musst du natürlich auch mit dem. Hier. Der schnellste Weg führt dich übrigens durch die Höhle am Rotfall. Der Weg ins Herz des Feuerwalds ist lang und gefährlich. Pass auf dich auf. Das sieht wenigstens mal halbwegs gut aus. Also was heißt halbwegs? Das sieht sogar mal gut aus. Das untere, das kannst du halt vergessen. Das untere, kannst du halt echt... Du kennst deine Abneigung zu Lalas. Und wenn wir uns beide einen Lala erstellen? Oder du einen Volk... Oder du halt einen Lala und ich einen Volk, was ich nicht abkann? Nein, verstehe ich schon. Das ist echt blöd, ja. Die Hose ist halt einfach... Ja. Ich sag nicht zu dieser Hose. Die Hose ist einfach so schlimm. Du wärst hier nur rumgetreten. Nein. Gar nicht. Oh, hier ist mal was, was ich erledigen kann. Du wurdest betätschelt und getragen und geknuddelt. Also, das ist nur was von mir. Wie es war in der Hose, weiß ich nicht. Egal, dass... Wie man mit Lalas umgehen muss. No. Aber das hast du doch bei Schnurberto auch nicht gemacht. Schnurberto hat man doch auch lieb gehabt. Gut, also zwei, drei Leute. Komm. Schnurberto war besser als Herbert. Wer weiß, was war denn trotzdem Lala? Wer weiß, was war denn trotzdem Lala? Nein, aber das verstehe ich schon. Lala ist jetzt eine Sache für sich. Ich spiel hier sowieso alles. Ich glaub, das Einzige, was ich zweimal spielen werde, ist eine weibliche Mikote. Wie ich mich kenne. Weil ich die weiblichen Mikoten einfach liebe. Warte mal. Bin grad schon mal wieder... Falsch. Muss hier lang. Ist ja so viel einfacher, wenn ich da einfach runter springen könnte. Jetzt hier sowieso am besten ja... Wie gesagt, ich werd mir bestimmt nur eine zweite weibliche Mikote machen. Am liebsten würd ich dafür die männlichen Mikoten auslassen. Ich weiß nicht, männliche Mikoten. Dafür mag ich halt die Hotka lieber. Die Kätzchen. Weibliche Bunnies. Eventuell auch eine weibliche Aura. No. Ach komm. Ich kämpf gegen dich. Geht schneller als zu warten. Ich bin auf die weiblichen Rottka gespannt. Ja, ich auch. Ich auch. Aber ich geh mal von aus, dass es noch dauert. Ich habe... Also, ich habe nichts dagegen. Aber ich habe bisher für mich persönlich noch keinen geschafft zu erstellen, der gut aussieht. Ich bewundere andere, die männliche Mikots richtig gut hinkriegen. Aber zum einen stört mich halt diese, diese, diese... Kanten, die sie hier drin haben, diese Striche. Die mag ich halt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass man die wegkriegt. Ob ich da einfach nur irgendeine Einstellung übersehen habe. Bei der Erstellung. Das kann durchaus möglich sein, aber ich weiß nicht. Und halt die Haltung mag ich nicht so ganz. Vielleicht wurden mir die männlichen Mikots hoch einfach von, äh... Rada... Mies gemacht. Weil ich kann den Kerl nicht ab. Ich bin Graha einfach so... Ich bin Graha, ich mag ihn halt nicht. Ich lasse euch ja eure Freunden mit ihm. Aber ich werde mit dem Ding nicht warm. Dafür mag halt kein Schwein Emmerik. Kann ich mit leben. Kann ich wunderbar mit leben. Ich muss sie... Ich muss Emmerik nicht teilen. Was soll ich sagen? Emmerik ist toll. Ja gut, du gehörst zu einer von wenigen, die ihn auch mag. Aber die meisten können ihn nicht ab. Es passiert ja nicht, keine Waxin. Echt? Also bei ganz, ganz vielen, auch vor... Also vor einem Jahr, wo ich ja in Heavensford war. Und wenn dann zum Beispiel Raids kamen und ich dann gesagt habe... Oh, Emmerik... Oh, nee, bläh. Geh mir weg mit dem. Alles ist Team Graha. Wirklich alles. Emmerik gibt's nicht. Von den weiblichen reden wir jetzt mal nicht. Die weiblichen... Ne? Da bin ich... Da bin ich tatsächlich ganz bei Hybrid. Wie viel habe ich... Halt Twitter, mag Emmerik. Okay, ich bin einfach auf der falschen Plattform, glaube ich. Die bin einfach auf der falschen Plattform. Ich muss auf Twitter. Ich kann nicht verstehen. Ich fand sie mit dem Besten im Add-on. Ich auch. Ich auch. Weil es halt mal kein Schnulzi ist, der dann... Ich stolle, er kann noch dein bleiben. Aber ich stolle das trotzdem toll. Ich stolle das trotzdem einer meiner Lieblingscharaktere. Ah, nee. Und dann in den FF Pen & Paper. No. Ich mochte Hauhi. Oh, nee. Horschop 4 war mir zu viel. Das... Ich weiß nicht. Ich... Ich kann sowas nicht... Ach, dieses... Das... Nee. Oh. Diese halbe Vergötterung eines Charakters. Oh, nee. Weiß ich nicht. Vorher bin Horschop 4, da kommt meine Freundin. Und ach ja, wir... Uns verbindet ja so viel. Nein, mich verbindet nichts mit dir. Nichts. Gar nichts. Ich kann ihn nicht ab. Ich werde einfach in eine Rolle reingestoßen, wenn ich dich will. Also, nee. Horschop 4 ist nee. Das ist ganz... Auf die Gra. Nee. Ja, es ist... Es war... Es war sad sein Ende, aber... Nee. Nee. Wobei noch schlimmer war dieser komische... Imangeli. Dieses... Sein Bruder da, dieses... Also, oder sein Verwandter da. Der nichts nutzt. Gut, und wenn Philia. Wenn Philia ist, kannst du mir auch... Auch schenken. Das ist die... Die Frau... Kommt gleich im Müllarmer. Nur den Gerber, dann habe ich alle Klassen für jetzt fertig. Yay, nice. Bei mir dauert's. Oho. Du bist lebendig aus dem Feuerwald zurückgekehrt. Nicht schlecht. Hast du auch den Kristall gefunden? Hm. Hier, guck mal. Hier hat's auch nicht viel Zeit. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Am geilsten ist, wie gesagt, immer noch der Spruch. Oh ja, Mensch. Jetzt gehe ich auch endlich mal auf Abenteuer. Und sitze ich nur hier rum. Und du denkst dir halt nur so... Ja. Ja, mit Philia. Das hast du schon vorher haben können. Du hättest schon vorher die Welt bereiten können. Aber nein. Du sitzt nur in deinem Café hier. Und gibst Aufträge. Und tust so, als wärst du hier super toll. Hier sind die Relics für Kraft und Sammler. Also, da denk ich noch lange nicht dran. Gibt's die auch wieder für jeden Add-on? Oh ja, der ist absolut rein und von bester Qualität. Professor Lambarton wird zufrieden sein. Vergiss nicht zu erwähnen, wie sehr ich dir bei der Suche geholfen habe. Hm. Oh Gott. Ich will nicht. Ja, ja. Also, ich meine... Minfilia und Thornton. Die beiden... Ah. Nee. Hm-mm. Das meinte ich mit den beiden. Also, die eine feste, mach ich von anders. Oh. Oh. Oh, Jan-Jeh kann ich zum Beispiel auch nichts abgewinnen. Oh, Jan-Jeh ist auch so ein Fall für sich. Alphino, genau das gleiche Ding. Kann ich auch nicht. Kann ich auch nicht verknusen, girl. Deine Schwester wiederum mag ich. Alizé ist richtig toll. Alizé liebe ich. Ich mag auch Tankred. Mein Nudel ist auch alles in sich rein. Ich heisse halt so. Es ist halt wirklich so. Hm. Wenn mich meine Intuition nicht täuscht, hast du einen denaturierten Kristall gefunden. Habe ich recht? Nein, ich tue nur so. Dann lass mich mal einen Blick darauf werfen. Hm. Ja, faszinierend. Dieser Kristall ist angefüllt mit Wind... Windelementarem Äther. Wofür brauchst du den Kristall doch gleich? Wie bitte? Du willst eine Windbarriere durchbrechen? Ja, das kannst du mit diesem Kristall getrost vergessen. Er würde die Stürme nur noch weiter aufpeitschen. Hm. Darüber hätten wir früher sprechen sollen. Dann hätte ich Harasako genauere Anweisungen gegeben. Aber die Wissenschaft ist eben eine Reihe von Versuchen, die nicht immer erfolgreich verlaufen. Uns aber dennoch stets wichtiger Erkenntnis zu bringen. In diesem Fall hast du zwar nicht den gewünschten Kristall gefunden, aber wertvolle Erfahrungen gesammelt. Du weißt nun, wie du denaturierte Kristalle gesammelt werden. Also was du einmal geschafft hast, wirst du auch ein zweites Mal schaffen. Und dieser Kristall könnte sich außerdem als sehr wertvoll für die Forschung erweisen. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich ihn gerne bei Desions gelehrtens zukommen lassen. Und du kannst zuhören auch zu ihm. Na gut. Und wenn ich auch zumindest in Ream Reborn ganz schlimm finde beim Reden ist Melvip. Bin ich da auch noch ganz schlimm. Später wird's besser. Aber in Ream Reborn kann ich da auch nicht zuhören. Geht so viel. Du hast schon von Valdezions gelehrten gehört, nehme ich an. Sie sind so großzügig, meine Forschung finanziell zu unterstützen. Sie sind also sozusagen meine Gönner. Aber natürlich kann ich ihnen nicht im Entferndesten das Wasser reichen. Alles in Ordnung mit dir? Du bist so bleich im Gesicht. Na, das legt sie schon, wenn du an die frische Luft kommst. Wir folgen bei der Suche nach dem richtigen denaturierten Kristall. Level 47. Bist du bereit, deine Suche nach den denaturierten Kristall mit der richtigen Eigenschaft vorzusetzen? Zum Glück hat eine andere Schülerin von mir, Kina, eine vielversprechende Fundstelle im östlichen Lennosseer aufgetan. Nein, das stimmt ja gar nicht. Im östlichen Lennosseer wäre sie beinahe vom gallischen Soldaten verhaftet worden, die sich zu nah an ein Gastrum gewagt hat. Das war eine aufregende Geschichte, sage ich dir. Die Fundstelle, von der sie berichtet hat, liegt im westlichen Lennosseer. Genauer gesagt auf der Phantominsel bei Pharoos Sirius. Kina hält sich noch in Bierhafen auf, um dort Felschversuche durchzuführen. Was hältst du davon, wenn du dich von ihr beraten lässt? Sie wird dir sicher auch gerne weiterhelfen. Ach ja, hier, vergiss den verstärkten Tonkopf nicht. Gute Reise und viel Erfolg. Wenn man von einem raubbeinigen Piratnamen absieht, ist das in Lennosseer gar nicht mal so übel. Die frische Meeresluft wird dir gut tun. Bestimmt wird es das. Bestimmt wird es uns dann allen besser gehen. Ich mache allerdings jetzt gleich mal eine kurze Pinkhead-Pause wieder. Und wir. Wäre die erste. Wunder, wir haben hier nur einmal die Tür zugemacht. Bevor wir jetzt gleich hier weiter machen. Ich kann ja hier ein bisschen länger dauern, in diesem Gebiet. Was habe ich da eigentlich für Waffen? Ach so, leine, neun. Jo. Jo. Hallo, suchst du Gesellschaft. Ich bin leider mit der Erforschung des Ethers beschäftigt und habe keine Zeit, mich mit dir zu amüsieren. Oh, der ist doch von Professor Lombarton, nicht wahr? Dann hat er dich zu mir geschickt. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ich bin Kena. Bei aller Bescheidenheit von den drei Meisterschülern Professor Lombartons bin ich zweifellos der Begabteste. Ich weiß natürlich alles über den Naturjahr Kristalle. Du hast von mir also eine richtige Adresse. Hier in Bierhafen führe ich gerade wichtige Fälschersuche zu den Ätherfluktuationen durch. Aber wenn meine Expertise gefragt ist, stehe ich dir selbstverständlich gerne beraten zur Seite. Oh no. Aber hey, es passt deswegen farblich bis auf die Füße. Mhm, die ist hübsch. Oh, ich habe was verkauft. Hübsche Vieira. Ich glaube, noch recht kleine Brüste. Was? Achso, ich muss da ja noch was annehmen. Ach, sag mir das mal, ne? Die Fantominsel wurde unter Quarantäne gestellt. Kein Schiff darf sie anlaufen. Der Grund dafür ist mir leider ein Rätsel. Mein interessiertes Nachfragen wurde bisher mit kühler Missachtung gestraft. Vielleicht liegt es daran, dass die Gelbjacken durch meine überragende Intelligenz eingeschüchtert sind. Womöglich hast du mehr Glück. Versuch doch mal von den Gelbjacken in Erfahrung zu bringen, was auf den Fantominseln so schrecklich ist, dass niemand hinüber darf. Okay. Versuchen wir es. Ist das hier unten? Nee, das ist auch oben. Okay. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können, dass es unten ist. Huch, es schreckt mich doch nicht so. Die ganze Geschichte über Geister, die es nachts auf der Phantominsel spucken, macht mir schon genug Angst. Soll er so spucken? Du willst auf die Phantominsel? Ja, bist du denn des Wahnsinns? Du erwartest dich nicht, als Tote verderben. Warte mal kurz. Jo, schon ein bisschen. Gut. 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 ich habe diese stelle die phantomen sind vom interessierst du dich dafür bei der katastrophe zerstört wurde gibt es dort nur trümmer und geist vergiss es es geht sich gar nichts an mein einziger wunsch ist es fliegen zu können vielleicht mit ein bisschen glück schaffen wir das am sonntag hallo da ja was hast du herausgefunden wirklich geister damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet informationen sind noch etwas vage aber vielleicht können wir mehr darüber herausfinden die geister geschichten haben mir einen kalten schau über den rücken gejagt ich weiß nicht was genau es damit auf sich hat aber es muss mehr als aberglaube sein und hätte man die phantom insel nicht gleich komplett abgeregelt was auch immer da vor sich geht ist eine reelle gefahr während du die gelbjacken ausgericht hast war ich in der taverne um mir eine kurze pause von der anstrengenden vorschung zu können da habe ich gehört dass ein regal die namens es gifrin verhaftet wurde weil er offensichtlich den verstand verloren hat und jetzt kommt kommt das spannende ist die frame soll früher der leuchtturmwärter von faros serius gewesen sein vielleicht ist er gar nicht verrückt sondern hat nur gespenster gesehen auf jeden fall solltest du ihm einen besuch abstatten ich traue mich nicht so recht vielleicht ist er doch verrückt mich nicht so recht das ist auch ihr lied so wunderschön das wenig los muss zu ihr ihr nimm sagt wie du er hatte recht oder lass mich hier raus ja hier raus ich muss zurück zu ihr hier raus lass mich lass mich trahe 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 trae trahee trai u wie bitte das klingt tatsächlich verrückt nur gut dass ich mir das nicht angetan habe keine ahnung was was er für stimmen hört aber der name mimi doa kommt mir bekannt vor und wendet mal das ist so diese alte schwere nöter der mir neulich in der taverne ans gesäß gepackt hat ein schmied ist er glaube ich ich habe ihn vorhin unter unten am anleger gesehen wo er vermutlich jede dame belästigt die nicht bei der drei oft der kai mauer ist da isa wie was willst du von dem alten mimi doa du musst schon etwas lauter sprechen können mehr so gut meine liebe hoch bei allen seehexen woher hast du all die federn was woher hast du die fehler so es gibt ihn der arme kehr für ihn kommt jede hilfe zu spät hätte sich meine warnung bloß nur mehr zu herz nehmen sollen ich würde von der schmiede gede zu dem phantom innen geschickt und den wiederaufbau zu unterstützen allerdings sind wir nicht so weit gekommen weil die hasen physiken handwerker alle geflohen sind da willst du wirklich hin nun wenn das so ist kann ich dir meine überfahren genehmigung abtreten da bekommst du problemlos auf die phantom inseln im geld zurück siehst du dich dort für den alten mimi doa um versuchst du spuk aufzuklären damit wir die aufbauarbeiten fortsetzen können abgemacht dank der genehmigung wird dich der fährt kapitel jederzeit zu den phantom inseln übersetzen einer seiner kollegen wird sich auch wieder zurückbringen hast du dich mit mimi doa unterhalten hat das schwere nöte irgendetwas interessantes zu sagen naja schau her die überfahrt genehmigung sie sieht echt echt aus damit steht hier der weg zu den phantom inseln frei gute fahrt wie bitte ich werde begleiten bis jetzt auch rüber geschnappt ich sterbe doch schon tausend tode wenn ich nur geschichten über geister höre ja ich werde darüber nachdenken also schön ich werde dich begleiten aber nur unter der bedingung dass du mich vor sämtlichen geister monstern und anderen unheuten beschützen wirst hörst du solltest du mich im stich lassen wenn es darauf ankommt werde ich dir das nie verzeihen ich habe tierische angst aber was tut man nicht alles in dienste der wissenschaft geh schon mal vor zum fährkapitän ich hole noch schnell mal sachen und komme gleich nach drück lieber die daumen dass ich heute nicht mit der scharf schon auf 50 beziehungsweise auf 49 kommen durch die quest dann kann das nämlich ganz schön lange dauern ich habe echt die hoffnung dass ich nicht so einen großen level sprung jetzt hier kriege knapp zu den phantomen inseln das kannst du abschmicken ohne ein sondergenehmigung das ändert die sachen hat eine sondergenehmigung das ändert die sache natürlich wird von bord wir legen gleich ab ich guck mal kurz einmal dahin und 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 bin ich gerade zu blöd das zu finden 1 2 3 4 ok fünf questions noch das sollte ich erschaffen ohne auf 49 zu kommen oder hoffe ich ich bete das sieht gar nicht so schrecklich aus ach verdammt wem versuche hier etwas vorzumachen mir schlöttern die knie und ich fahre gleich eine ohnmacht so mache ich keinen schritt weiter auf diese verfluchten insel du kannst dich ja schön allein umsehen hier nennen verstärkten ton trupf mit schweden fall dass du einen denaturierten kristall findest viel glück ich bete verzeihung der zutritt nach faros hier ist streng reglementiert darf ich fragen was ich hier her führt ein ton top was willst du damit ich verstehe du bist auf der suche nach denaturierten kristall nun die gibt es hier durchaus dennoch kann ich dich nicht durchlassen 48 auf jeden fall deine genehmigung gewährt jetzt zwar zugang auf die insel doch nicht zwangsläufig zu den ruinen von faros sirius mit drin ist es einfach zu gefährlich es war eins der modernste leuchtturm und ganz lanussee mit einer äther betriebenen lichtanlage durch doch bei den sieben katastrophen der siebten katastrophe wurde er durch einen gigantischen feuerball zerstört bin bereit einen denaturierten kristall für dich zu besorgen beim gegenzug musst du mir ein gefallen erweisen eine hand wischte andere du hast bestimmt schon gehört dass hier auf der insel geister spucken sollen was dahinter steckt kann ich dir nicht sagen aber tatsache ist dass unser dass unsere arbeiter panisch geflohen sind dadurch ist er wieder aufbau von faros in stocken geraten glaube nicht an geister durch vermutet dass die nacht monster aus dem meer an land schleichen dass die niemand eine begegnung mit ihnen überlebt also als gegenleistung für meine hilfe möchte ich dich bitten dem spuk ein ende zu bereiten wenn du das schaffst besorge ich dir den kristall den du suchst wenn du nachforschung anstellen willst musst du nicht ganz in dunklen tappen vor ein paar tagen sind drei arnteure auf die insel gekommen auf dem schiffsfriedhof nach schätzen zu suchen ich kann mir gut vorstellen dass sie etwas beobachtet haben so